Hallo und herzlich willkommen auf Lanze Rote. Die Aida Stella liegt heute in Arrecife. Wir nutzen das, um einen kleinen Abstecher nach Puerto del Carmen zu machen, um Sommer, Sonne, Strand und Meer zu genießen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ich bin Sebastian Natur und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles, was dazu gehört. Wenn du neu hier bist oder es bisher noch nicht getan hast, dann solltest du diesen Kanal abonnieren und dann noch gleich die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann hinterlass mir doch bitte einen Daumen nach oben und gerne auch einen Kommentar. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was bist du für ein Sonnentyp? Fliegst du lieber im Winter, wenn es in Deutschland grau ist in die Sonne oder im Sommer, wenn es dir einfach nicht heiß genug sein kann? Fliegst du lieber im Winter. Lanzarote ist die viertgrößte Insel der Kanaren und maßgeblich durch zwei Dinge geprägt. Vulkane und den Künstler César Manrique. Wir haben im letzten November zehn Tage hier verbracht und uns die Insel ganz genau angeschaut. Wenn du also die volle Packung Lanzarote sehen willst, dann schau doch dort mal rein. Den Link findest du jetzt rechts oben und unten in der Beschreibung. Auch im Herbst 2019 sind wir mit Aida hier gewesen und haben einen Ganztages Powerausflug gemacht und sehr viel von der Insel gesehen. Auch das Video lege ich dir ans Herz und verlinke es jetzt sowohl hier oben als auch unten in der Beschreibung. Dieses Mal war uns also eher nach Entspannung. Strand, typischem Essen und vielleicht ein wenig Shopping. Das Video lege ich dir. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020